Welcher Vogel ist der beliebteste? Es gibt viele verschiedene Vogelarten auf der Welt, und es ist schwierig zu sagen, welcher der beliebteste ist. Einige Vogelarten, die allgemein als beliebt angesehen werden, sind jedoch Papageien, Eulen, Pinguine, Falken, Kolibris und Adler. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal.